Ach Gott, Skinbaron hat einen Dark Mode. Willkommen meine Damen und Herren zu einem weiteren Top 10 Video. Heute Top 10 Huntsman Knives. In der letzten Folge habt ihr euch das so gewünscht und jetzt gehen wir da auch genauso dran. Die ganze Sache ist so wie immer gepartnert mit... Skinny Baroni im dunklen Modus Aloni. Skinbaron kennt ihr ja jetzt, wie gesagt, mit dem neuen Dark Look oder Dark Mode Look. Ihr könnt aber auch ganz hier oben rechts den Modus wieder umschalten, wenn ihr unbedingt wollt. Ich finde es aber so natürlich etwas angenehmer für die Augen, obwohl ich ja so oder so ziemlich kaputt geblendet werde hier von meinen Lichtern. Aber trotzdem. Und vergesst nicht, hier oben auf Englisch umzustellen. Auf Deutsch heißen die Skins immer so merkwürdig. Wir gehen zu den Knives und wir wollen da im speziellen Huntsman Knives. Oh, heute lädt es richtig fast, alter Falter. Ja, und jetzt kommt, wie gesagt, meine Top 10 der Huntsman Knives. Platz Nummer 10. Da liegt das Huntsman Knives Slaughter. Rote Klinge, fast schwarzer Griff, eher grau. Mit StatTrak jetzt hier in dem Fall. Ja, vom Preis her liegt man hier trotz dessen, dass es im 10. Platz ist, schon recht hoch. Wir gehen hier mal auf Lowest Price. 126 Euro muss man mindestens anlegen, wenn man sich jetzt hier gerade auf Skinware rum was snacken möchte. Man kann aber natürlich deutlich mehr auch reinhauen, wie man hier sehen kann. 800 mit StatTrak. Wir können nicht weiterschalten. Also das ist gerade die einzige Seite, die einzigen Angebote, die zur Verfügung stehen. Und vergesst nicht, wenn ihr hier oben auf Best Deals geht, dann habt ihr am obersten Punkt, das hier, ist dann immer der beste Deal und die Dealigkeit sinkt dann nach weiter unten. Also das hier unten wäre dann praktisch der schlechteste Deal und das hier oben ist der beste, der beste Deal, bei dem man eben am meisten spart. Also sie gehen hier immer vom vorgeschlagenen Steam-Preis aus, also auf Steam kostet das Teil um die 314 Euro. Hier kostet es 215 Euro, also man spart fast 100 Euro, wenn man das hier auf Skinware rum kauft. Das könnte man ja fast als nächstes Giveaway Knife anwurschteln. So kommt hier wirklich die dicken Angebote halt raus, ne? Sortiert einfach nach Best Deals, klickt drauf und guckt. Natürlich kann man da noch überprüfen, wie das so ist. Also wenn ich das jetzt hier nehme, dann gehe ich in Counterstricken, gehe in den Market, suche nach dem Huntsman Knife Slaughter. Das Steady-Tracky, da. Das ist in FN, das wir gerade eben offen hatten. Lass mich nochmal kurz gucken. Ja, also ich habe das hier aufgemacht, das hier. Es geht also um einen StatTrak FN Slaughter und das hier wäre jetzt das beste Angebot auf Steam. Das einzige im Moment. Klar, ist jetzt ein bisschen blöd. Das Vergleich deswegen, weil hier nur eins ist, aber hier würde man 334 zahlen für genau dasselbe. Gut, weiter geht's. Platz Nummer 9, da liegt das Rust-Coat. Das mir jetzt schon ein bisschen besser gefällt als logischerweise der 10. Platz, darum ist es ja auch auf dem 9. Ich weiß, dass einigen diese Rust-Coat-Skins überhaupt nicht gefallen. Ich finde sie aber sehr ansprechend. Der Griff könnte zwar etwas andersfarbiger sein, also nicht grau, sondern vielleicht schwarz oder weiß. Ja, aber sonst geiles Ding. Und da kann man vor allem preistechnisch richtig was raushauen. Also wenn man unbedingt einen Knife haben will, holt man sich einfach einen Rust-Coat. Dann liegt die schmeckig. 158 Euro. Was kostet es normalerweise? 76. Boom. Achso, nur zum zeigen, wenn ich jetzt auf den schlechtesten Deal gehe, den hier unten, dann zahle ich hier wahrscheinlich mehr oder genauso viel, wie es auf Steam wäre. Ja, sogar mehr. Guck mal. 150 Euro, 76 Euro. Ich meine gut, es kann natürlich auch daran liegen, dass es dann vielleicht doch irgendein spezielles Pattern hat. Aber ja, so könnt ihr eben ungefähr rechnen, dass oben immer der beste Deal ist und nach unten hin der schlechteste. Das Hansmann-Knife in seiner Originalausführung, also im Vanilla-Modus, liegt auf dem 8. Platz. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass das auch ein sehr edles Teil ist. Es muss nicht immer bunt und leuchtend sein. Nein, das hier geht auch. Hier hat man vor allem diese Facetten oder Konturen der Klinge sehr schön. Das ist bei den meisten Skins ja einfach drüber geklatscht. Also man sieht nicht diese Geschichte hier vorne, das Stück und dann das und dann hier noch ein bisschen gepimmelt. Der Skin liegt ja meistens komplett drüber und dann ist es gar nicht zu erkennen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die man appreciaten kann. Vom Geldbeutel her muss man hier sogar gar nicht so extrem tief in die Tasche greifen. Selbst für ein Stat-Track-Field-Tested oder halt, na gut, No-Paint steht da überall drauf. Ich weiß nicht, woher überhaupt der Unterschied ist. Wahrscheinlich Kratzer drauf. Seht ihr Kratzer? Ich glaube, das hier hat so die beste Wear, ne? 16. Habt ihr irgendeinen Unterschied gesehen? Ist es dunkler geworden oder heller? Also was ich eben sagen wollte, 128 Euro für Field-Tested oder halt eben das und Stat-Track ist schon nicht schlecht. Auf dem Platz Nummer 7 liegt das Hansmann-Knife-Fade. Hier ist natürlich zu beachten, dass da das Pattern immer wieder unterschiedlich ist oder eben sein kann, ne? Also wir haben einmal das hier, bei dem die Spitze so ein bisschen in Rot fast lila gedippt ist. Dann haben wir zum Beispiel diese Ausführung, in der es nur ganz wenig der Fall ist und hier oben schon fast grau wird. Und dann gibt es zum Beispiel dieses hier, in dem man die Farbeübergänge extrem stark sehen kann. Also da gibt es alle möglichen Varianten, da muss man dann selbst schauen, welches einem am besten gefällt. Also von daher immer schön in Counter-Strike angucken, bevor ihr kauft, ne? So haben wir aktuell die Preislage. Ich bin hier nach wie vor oder wieder auf Best Deals. Ich werde das ja einfach immer mit den Best Deals machen. Ihr seht ja selbst, wenn ich so durchscrolle, was auch das Günstigste wäre. Also ich glaube so 170, 179 Euro ist hier das, äh, was das Günstigste, 177, 161, guck mal da. Auf dem nächsten Platz, Platz Nummer 6, liegt das Damaskus Steel Knife. Mir gefallen im echten Leben diese Damaskus-Messer sehr gut, darum gefällt mir das eben auch ingame. Auch hier, gerade wenn die Klinge so hell ist, finde ich, sollte der Griff halt komplett schwarz sein oder in diese Schwärze mit eingehen. Aber so ist es trotzdem nicht schlecht. Vom Preis her kann man ja auch ein ordentliches Schnäppelchen schlagen, vor allem hier vorne, was sehe ich denn hier? Aha, 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 guck mal da. Nach weiter unten hin, was haben wir hier? Hier geht's, ah ne, es geht nicht weiter. Also Maximum 153, sehe ich das richtig? Ja, in dem Umfang befinden wir uns hier. Hier gibt's ein richtig Zerrissenes, guck mal da. Oh ja, okay, das ist schon deutlich dunkler. Als nächstes haben wir Platz Nummer 5. Da habe ich das Crimson Web liegen, das sieht gerade auf so einer großen Klinge sehr nice aus. Geht auch schön hier hinten durch den Griff. Optimopel. Ist jetzt hier, glaube ich, in der FT-Ausführung, also mit einigen Kratzern hier unten. Was aber bei dem Knife nicht tragisch ist, das benutzt man ja auch, ne? Von den Euroen her kann man hier schon mit, ja, ich sag mal, ne, 93 Euro bis zu, äh, 880 Euro rechnen. Ah ja, mhm. Was wäre das eigentlich wert? 441. Ist das jetzt ein besonderes Pattern? Ich kenne mich gerade beim Crimson Web, also null aus. Also ist das hier unten wahrscheinlich ein ganz besonderes Pattern. Gemixt mit jemandem, der einfach dreist ist. Oder nur jemand, der sehr dreist ist und einfach 800 Euro will. Oder fast 900 Euro will für ein Knife, das halt nur 400 wert ist. Platz Nummer 4, Tiger Toots. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal rausgehauen. Ich glaube, Polak hat auch eins davon, ne? Ja, ja. Da haben wir schon zwei, glaube ich, in den, in den Streams rausgehauen. Früher überhaupt nicht so meins, aber wahrscheinlich jetzt wegen der Interaktion mit der Community ist das schon etwas mehr in mein Herz gewachsen. Hier finde ich, passt auch alles. Der Griffkontrast zur Klinge ist gut und auch der Preis ist sehr lecker. Ich werde übrigens jetzt einfach in Zukunft immer, äh, dieses Best Deal mit euch gemeinsam angucken, oder? Es ist immer interessant zu gucken, was man hier im Maximum einsafen kann an Geld. Und hier ist es schon auch eine Menge, ne? Zwar nicht so viel wie vorhin die 100 Euro bei dem anderen Teil, aber ich meine, hier wäre der Griff wahrscheinlich so oder so auf das gefallen, ne? Weil es jetzt ja ein Euro günstiger ist als der andere Kram hier. Jetzt folgen dann wieder die letzten drei Plätze. Ihr könnt also überlegen, was ich da wohl stehen habe und das gerne in die Kommentare schreiben soll als kleines Ratespiel. Und natürlich könnt ihr an der Stelle auch direkt dazu schreiben, welches Knife als nächstes gemacht werden soll. Ihr habt jetzt kurz Zeit zu überlegen, was auf Platz 3, 2 und 1 liegt. Und los, Platz Nummer 3, Case Hornet. Hier kommt es logischerweise auch sehr auf das Pattern drauf an, ne? Wie der Preis so ist und wie das Gefallen bei den einzelnen Leuten auch ist. Das ist jetzt zum Beispiel direkt der Best Deal gewesen, ne? Das ist die Ersparnis hier, ne? 119 eigentlich, hier aber nur 83 Euro. Jetzt gucken wir uns einfach mal direkt das Nebendran an. Das würde mir jetzt zum Beispiel deutlich weniger zusagen. Das geht schon in Richtung Piss, ne? Also weil es fast komplett gelb ist. Ich mag es, wenn die Skins einen hohen Blauanteil haben. Also die Case Hornet Skins. Oh, der Blautupfer da oben ist aber auch geil. Okay, und das ist natürlich der Hammer hier, ne? Das ist schon sehr geil. Mit StatTrack, wahrscheinlich sehr teuer. Ja. Hier kann man mit 83 Euro bereits zuschlagen und sich was Schönes holen. Man kann aber auch eben 107 ausgeben oder 98 oder 500. Falls jemand auf die Idee kommen sollte und sagen sollte, hey, die Best Deals sind doch ähnlich wie Lowest Price, weil das immer so langsam aufsteigt. Aber ganz ist das nicht richtig. Also man sieht hier zum Beispiel, du hast hier die 149 drin und der Deal ist besser als der 107er Deal. Das liegt dann einfach halt an der Ware, ne? Also das ist nur das, das jedem klar ist. Also hier ist auch nochmal eins für 99. Das einen schlechteren Deal darstellt als das hier oben. Denn hier sind es nur 20 Euro Unterschied, ne? Und hier sind es halt fast 40. Platz Nummer 3 ist abgehakt. Jetzt kommt der zweite. Okay, das ist jetzt etwas schwer. Ich habe mir da jetzt Doppler aufgeschrieben, wusste aber natürlich, dass es halt so viele geile Doppler gibt. Was machen wir jetzt? Da gibt es halt sau viele geile Teile, ne? Also es gibt einmal die Black Pearls, es gibt die Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, Ruby und eben noch die Saphir-Geschichten. Vom Preis her gucken wir uns aber trotzdem einfach mal alles an. Also die Range ist hier, ich glaube 2K ist gerade Maximum, oder? Wie war es hier? Genau, die sind alle unter 2K. Die sowieso, obwohl hier ist auch eins mit 2K drin. Wir suchen uns jetzt einfach das Schönste raus und das zeige ich dann in Counter-Striker. Also das, was mir am ehesten zusagen würde. Ich bin ja nicht so der Rot-Fan, obwohl natürlich die Phase 2-Teile schon auch sehr geil sind, weil es halt eher ins Lilane geht. Da haben wir dann hier bei Phase 1 vielleicht sogar nochmal einen etwas besseren Blick drauf. Obwohl, ja doch, doch. Also mehr Blau halt hier in dem Fall, fast schon schwarz. Bis hin zum Black Pearl, das dann halt, ja, mehr oder weniger schwarz ist. Der Saphir finde ich aber auch etwas zu krass, zu blau irgendwie, oder? Ist es nicht zu grell? Übrigens sieht man doch die Klinge hier unten. Die sieht man. Aber die restliche Unterteilung nicht. Ja, das ist ein bisschen zu rot. Wisst ihr, was ich nehmen würde? Ich würde schön so einen Phase 3 aussuchen, das stark ins Grüne geht. Also so Grün es halt geht. Na, 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 so, also ich hätte es gern so überall. So Emerald-mäßig, das wäre edel. Naja, somit wäre das Doppler auch abgehakt. Was ist jetzt auf dem ersten Platz? Das ist Marble Fate, weil ich ein Kind bin. Das sieht halt echt nice aus, oder? Wie bunt das Teil ist. Holla, die Waldfee. Und gerade auf der fetten Klinge kommt das halt richtig gut, weil es da auch dann so viele einzelne Farben gibt. Sag mal. Geil. Flugzeug. Ja, also das Marble Fate ist für mich hier bei den Huntsman Knives ganz, ganz vorne mit dabei. Ganz, ganz vorne. Und wisst ihr, was daran vor allem sehr edel ist? Der Preis geht richtig gut rein. Guck mal. 160. Hier unten 295. Also das ist wirklich, ist wirklich in Ordnung. Was sparen wir hier beim Top-Deal? Oh, guck mal da. Eigentlich 225, hier aber nur 164. Das ist natürlich geil. Vielleicht ist das das nächste Geschenk im Stream. Mal gucken. Somit wären die Top-10 Huntsman Knives für 2020 auch durchgeprügelt. Ich freue mich auf eure Kommentare und auf eure Wünsche der nächsten Knife-Vorstellung. Ich bedanke mich hier schon mal recht herzlich fürs Zusehen, für die Kommentare und für die Likes. Und natürlich auch noch bei meinen Patreons. Sir Drop, Zeppel, GeForce, Bad Wolf, Mr. Adrian und Miner Swin. Da eine ganz kleine Anmerkung. Also falls sich manch einer wundert, dass er nicht drin steht, wie zum Beispiel Sir Yakuza. Es war direkt wieder die Client bei dir, obwohl am 3. Oktober bei dir abgebucht wurde, stehst du trotzdem wieder als die Client drin. Also eigentlich ist Sir Yakuza auch auf der Liste. Er hat diesen Monat reingehustelt. Nur frik wohl Patreon dann wieder deinen PayPal-Account zum Beispiel an. Und wenn dann die Kommunikation nicht passt, dann sind die Leute direkt auf abgelehnt. Und stehen halt nicht in der Liste. Darum nicht wundern. Eigentlich ist Sir Yakuza noch nach Sir Drop. Und dann kommen auch noch die Kanalmitglieder Christoph F., Chaos Dämon und Angrab. Vielen Dank für eure Unterstützung. Schön, dass ihr mit am Start seid. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.